Wen du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und je mehr du ihr die Schuld gibst dafür, dass es so ist, wie es ist in der Beziehung, desto machtloser bist du, desto weniger Einfluss kannst du nehmen. Wie kann ich meine Ex zurückbekommen? Was ist die beste Strategie, die beste, Timo, wenn man das allerbeste wissen? Die eine Strategie, die immer funktioniert. Ja, wichtige Frage. Und auch da nochmal an dich ganz wichtig hier zu unterscheiden. Hey, es geht vor allem darum, dass du dich selbst zurückgewinst, dass du zu dir kommst. Es gibt so, du hast so 20, 30, 40 Prozent Chancen, deine Ex zurückzubekommen, aber du hast 90 bis 100 Prozent Chancen, dich selbst wieder zurückzubekommen. Darauf fokussierst du dich und darum geht es. Und darauf bauen auch alle guten Strategien auf. Es gibt Strategien, wo es um Manipulationen geht. Es geht um Strategien, wo du genau das schreibst, genau zu dem Moment, wo du genauso auf sie zugibst, wo du genau das auf Social Media postest, wo du das über Freunde ausrichten lässt. Und das sind alles Dinge, wo du außerhalb deines eigenen Einflussbereiches handelst, um zu versuchen, ihr irgendwas ins Gehirn reinzupflanzen, wo sie dann denkt, hey, geil, das ist halt der Mann meines Lebens und jetzt kriege ich wieder Gefühle und jetzt geht es halt los. Ohne die Entwicklung dahinter. Selbst wenn es funktioniert, selbst wenn ich merke so, ja, okay, sie wird jetzt neugierig. Das kann, kann wirklich funktionieren für ein paar Tage oder Wochen sogar, aber es wird niemals dauerhaft funktionieren. Du brauchst die Entwicklung dahinter. Du brauchst diesen Schritt von, okay, ich komme wieder zu mir selbst. Das ist so wichtig. Dieses, ich bin jetzt wieder bei mir, ich fühle mich und ich habe dafür gesorgt, dass ich innerlich ein reifer, gestandener, souveräner Mann geworden bin. Das brauche ich unbedingt. So, deswegen jetzt einmal zu der Strategie, zu den konkreten Schritten. Mal als Überblick, was mache ich denn? Schritt Nummer eins ist, ich leite, und das ist tatsächlich eine konkrete Technik, ich leite eine Kontaktsperre ein. Ich sorge dafür, dass wir uns auf eine bestimmte Zeit lang nicht mehr sehen, dass wir nicht beieinander sind. Da gibt es Sonderfälle, da kommen wir auch nochmal später zu, mit, okay, wir haben Kinder zusammen, wir haben ein Haus zusammen, wir arbeiten zusammen. Das sind Sonderfälle, die es tatsächlich ein bisschen schwieriger machen, komplexer. Aber als allererstes, so oder so, sorge ich dafür, dass ich den Kontakt so weit reduziere, wie es irgendwie geht. Und wenn wir nicht zusammen Kinder haben oder zusammen arbeiten, dann heißt das tatsächlich gar keinen Kontakt. Kein Schreiben, kein Telefonieren, kein Sehen, kein was über Freunde ausrichten, kein irgendwie was füreinander dalassen. Ein kurzes, hey, ich denke gerade an dich, mir geht es so schlecht, mir geht es so gut, irgendwas. Und dann wirklich, ich ziehe mich zurück, mache eine Kontaktsperre. Das hat zwei große Gründe. Das eine ist, dass ich damit, würde ich die Zeit bekomme und den Fokus bekomme, mich auf mich zu konzentrieren, dafür zu sorgen, dass ich emotional wieder fit werde. Ich bin am meisten in der Trennung erstmal total am Arsch, verständlicherweise. Und dass sie auch die Gelegenheit bekommt, ein bisschen neugierig noch zu werden. Ein bisschen so, hey, was macht er denn, ich kriege gar nichts so von ihr mit. Und dass du dann aber irgendwann auf einen Schlag als veränderter Mann wieder bei ihr ankommst. Wenn sie deinen Prozess immer mitbekommt, immer sieht, okay, jetzt macht er das, jetzt macht er das, jetzt macht er das. So, es gibt Leute, es gibt Männer, die schicken ihre Ex täglich Status-Updates. Okay, ich habe jetzt das gemacht und ich habe mich jetzt hier beim Sport angemeldet und heute war ich wieder dort. Jesus. Das ist halt so, das ist halt nicht cool. Das ist so, dann lässt du halt jede Spannung auch wieder sofort raus, was vielleicht auch ein Teil des Kernproblems bei euch gewesen sein könnte. Und sie hat da gar keine Gelegenheit, auch zu fühlen, was es bedeutet, wenn du nicht in ihrem Leben bist. Sie weiß dann nicht so, hey, okay, der ist ja immer noch da und wir sind, eigentlich sind wir gar nicht getrennt. Also ich muss jetzt keinen Sex mehr mit ihm haben und ich muss nicht mehr für ihn da sein, aber ich habe trotzdem noch so dieses Gefühl von, er klammert halt an mir dran. Und da ganz wichtig, hey, ich komme mal ganz raus und ich bin jetzt halt wirklich losgelöst von ihr und wir haben keinen Kontakt mehr. So, das als großer Schritt eins. Keinen Kontakt, viel Zeit, viel Raum für mich schaffen. Zweiter Punkt ist, ich sorge dafür, dass sie wieder der geile Cowboy von früher wird. Dass ich wirklich schaue, okay, ich kümmere mich als allererstes um meine Emotionen. Hey, ich habe einen Trennungsschmerz. Die Trennung, die Beziehung ist vorbei und ich werde auch diese Beziehung von früher nicht wiederbekommen. Vielleicht eine neue Beziehung als neuer Mann mit dieser neuen Frau, die früher mal in einem anderen Leben meiner Ex war. Aber erstmal ist es so, das wäre eine neue Beziehung. Das heißt, ich lasse die alte Beziehung komplett los. Und da kommen wir dann zum ganzen Thema Liebeskummer und Emotionen verarbeiten, was auch nochmal ein ganzer Schwung an Themen ist und das super essentiell ist. Aber da muss ich mich darum kümmern, dass ich diese Emotionen, dass ich sie loslasse. Dass ich die Emotionen und Bedürfnisse, die ich an sie gekoppelt habe, dass ich die loslasse. Und das lerne ich in der Kontaktsperre sozusagen? Oder das ist ein Teil des Weges? Das ist ein Teil des Weges, den ich während der Kontaktsperre gehe. Das heißt, um meine Emotionen kümmern. Dann ein geiles Leben aufbauen. Wieder schauen, okay, ich gehe raus, ich kümmere mich um mich, ich mache Sport, ich bin vor allem mit Freunden unterwegs. Ich sorge dafür, dass ich alle Bedürfnisse, die ich früher durch meine Ex gestillt habe, dass ich die irgendwie anderweitig stille. Oder selbstsexuell kann das sein, dass du da irgendwie schauen musst, gut, mal ein tolles Selbstlieberitual machen. Oder wenn die vielleicht sowieso schon offener mit anderen Menschen war, dass du dann schaust, okay, ich hole mir das irgendwie, irgendwie sorge ich dafür, dass meine Bedürfnisse gefüllt sind. Dass ich nicht mehr an meine Ex dranhänge. Denn was ja ein bisschen die Krux bei der Sache ist, eigentlich hänge ich gar nicht an meine Ex, sondern ich hänge vor allem an der Art und Weise, wie sie meine Bedürfnisse gestillt und befriedigt hat. Ja, das ist gut. Und das heißt, wenn sie dann weg ist, dann sind so viele Bedürfnisse offen, die plötzlich ungestillt sind, die unbefriedigt sind. Das geht so richtig dreckig. Und deswegen, auch da muss ich hinschauen. Ich muss den Schmerz loslassen. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass ich keinen neuen Schmerz produziere, indem meine Bedürfnisse ungestillt bleiben. Ich muss dafür sorgen, hey, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Und wie hole ich mir das dann eben in meinem Leben? Als nächsten Punkt von diesem Schritt zwei, von diesem, ich werde wieder dieser geile Cowboy. Dazu zählt, ich analysiere auch mal die alte Beziehung. Das mache ich, wenn es mir ein bisschen besser schon geht, dann schaue ich mal die alte Beziehung an. Und so, in welchem Wochenrahmen reden wir da? Also Kontaktsperre, wie lange? Mal so ganz kurz auch so als zeitlicher Rahmen. Von bis mindestens 30 Tage. Besser mindestens 90 Tage. Okay, alles klar. Also ähnlich wie im Reboot beim Porno-Thema. Auch da, dass das Gehirn wieder klarkommt. Hat den einfachen Grund, dass das Gehirn einfach seine Zeit braucht, um sich neu zu verdrahten. Ich brauche charakterlich Zeit. Ich brauche Zeit, um meinen Charakter in der Tiefe zu verändern. Und deswegen mindestens 90, eigentlich mindestens 90 Tage. Okay. Und in der ersten Phase geht es sozusagen um mentale Stabilisierung und Lebensforcierung, nenne ich das jetzt mal. Also dein Leben wieder auf die Kette kriegen, geil auf die Kette kriegen, mental sich zu stabilisieren. Und in der zweiten Phase geht es dann darum, auch mal zu reflektieren, die Beziehung. Was würdest du schätzen, so ab welcher Zeit so, also roundabout, könnte man so über den Daumen gepeilt sagen, ist das sinnvoll da, über die Beziehung nachzudenken? Vielleicht nach 30 Tagen. Okay, also nach einem Monat? Ja, nach so ein, zwei Monaten. Genau. Das ist schon, es kommt darauf an, wie, mach es daran fest, wie stabil du dich fühlst. Wenn du merkst, so, okay, ich gehe in die Beziehung rein und dann kommt voll der Groll hoch und die Vorwürfe und da werde ich plötzlich total angespannt wieder und bin emotional lost. Und das reißt mich wieder rein, dann ist es zu früh. Dann muss ich mich wieder darum kümmern, meinen Trennungsschmerz loszulassen. Vielleicht auch, da war jetzt kurz so eine Zwischenfrage. Also ich meine, über die Beziehung denkt man ja so oder so nach, wenn man getrennt ist. Das ist ja genau das Problem. Also man ist ja dann immer so, oh, und dann ist das passiert und oh Gott und da, 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 da. Aber du meinst ja mit der Beziehung reflektierend aufarbeiten, meinst du ja was anderes. Ich meine vor allem, was hat wozu geführt? Was hat dazu geführt, dass wir dort gelandet sind, wo wir gelandet sind? Gelandet sind. Was sind meine Fehler? Was sind auch ihre Fehler? Auch da ehrlich drüber mal nachdenken. Nicht mit dem Finger zeigen, nicht mit einer Verantwortungsabgabe. Das ist immer noch der mächtigste Frame in einer Beziehung zu sein mit dem Motto, ich bin zu 100% für die Ergebnisse dieser Beziehung verantwortlich. Das ist meine Verantwortung. Und du kannst damit, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und je mehr du ihr die Schuld gibst dafür, dass es so ist, wie es ist in der Beziehung, desto machtloser bist du, desto weniger Einfluss kannst du nehmen. Und desto schlechter fühlst du dich auch auf einer tieferen Ebene. Das ist erstmal erleichternd so, ja, das ist gar nicht meine Schuld, damit habe ich nichts zu tun, das ist ihr Thema. Aber zu sagen, ich bin zu 100% hier verantwortlich und ich bin schuld, ich bin schuld an den Beziehungsaus, das ist super machtvoll. Da kannst du halt richtig in deine Eier wieder reinwachsen und richtig was erschaffen. Und da genau hinschauen, okay, was ist denn wirklich los gewesen, was ist denn passiert, wo habe ich meinen Weg verloren, ist auch eine ganz wichtige Frage. Wo habe ich dafür gesorgt, dass ich eben nicht mehr der Kauball bin von früher, wo habe ich dafür gesorgt, dass ich irgendwie ein bisschen schluffy bin und mehr auf der Couch sitze, als dass ich draußen auf der Straße bin. Und diese Arten von Fragen, die führen mich dann dazu, dass ich auch da nochmal schauen kann, was kann ich denn jetzt verändern nochmal in meinem Leben, auch für mich alleine. Und es gibt mir auch einen neuen Griff, wie ich dann damit in die Beziehung reingehen möchte, in die neue Beziehung mit dieser Frau oder einer anderen Frau. Dass ich genau weiß, hey, das ist mir wichtig und das hast auch du nicht so optimal gemacht oder das hast auch du nicht so gemacht, wie das für meine Beziehung, die ich führen will, gut ist. Und du hast dann ein anderes Standing und kannst natürlich auch ihr sagen, ich möchte eine neue Beziehung mit dir, aber das und das ist mir wichtig. Das ist auch mir wichtig, dass du das änderst. Und so komme ich dann zu einer klaren Antwort. Genau, also nochmal dieses Phase 1 Kontaktsperre, Phase 2 wieder attraktiv werden, dieser Cowboy werden, dafür muss ich loslassen lernen, meine Emotionen verarbeiten, dafür muss ich mir ein geiles Leben aufbauen und dafür muss ich auch die Beziehung analysieren. Das gehört alles zu Schritt 2 von diesem wieder attraktiv werden, wieder meine Cowboy-Qualitäten reinkommen. Und dann kommt noch Phase 3 und das ist natürlich wieder den Kontakt ermöglichen oder initiieren. Vielleicht meldet sich deine Ex von selber, vielleicht musst du aber auch von dir aus auf sie zugehen. Es gibt manche Leute, die sagen, hey, melde dich am besten nie, warte darauf, dass sie auf dich zugeht. Da denke ich ganz pragmatisch von, okay, vielleicht denkt sie ja das Gleiche. Und vielleicht denkt sie so, okay, der muss auf mich zukommen, weil das hat irgendwie wehgetan oder das war irgendwie blöd und sie weiß ja gar nicht, was für einen Prozess du gemacht hast. Und vor allem, wenn ihr im Alltag keine Schnittstellen habt und sie auch über Freunde nichts von ihr mitbekommt, denke ich immer, hey, geh schon in den Kontakt. Geh schon auf sie zu, schreib sie irgendwie an. Da kommen wir auch später nochmal zu, wie du das konkret machen kannst. Aber auch da, es kommt weniger auf die Technik drauf an. Es kommt vor allem darauf an, was du in der Zwischenzeit für dich selber geleistet hast. Wie du dafür gesorgt hast, dass du ein neuer, attraktiver Mann und Charakter geworden bist. Ja, gerade, dass die Frau auf dich zukommt, also das ist mir so durch den Kopf gegangen dabei. Da würde ich immer überlegen, wie hat der Mensch, also während du auch in einer Beziehung warst, wie ist der umgegangen, wenn es Konflikte gab? Ja, also wenn sozusagen deine Partnerin jemand war, die dann proaktiv auf, das muss ja nicht nur Beziehungskonflikte gewesen sein, das kann ja manchmal auch irgendwas an der Arbeit oder sonst irgendwo sein. Wenn ihr jemand ist, die dann irgendwann auf die aktiv zugeht, dann kann das schon sein, dass sie auch auf dich zukommen wird, wenn das für sie ein Thema ist. Aber wenn sozusagen du selber feststellst, die macht das eigentlich nie, also die ist gar nicht so ein impulsiver Mensch, die ist immer sehr reagierend, wenn jemand anders das macht, dann wird sie das wahrscheinlich in dem Fall auch nicht tun. Ja, das ist gut möglich. Ein analytischer Verstand würde halt so erstmal diesen Menschen kurz überlegen, von den Motiven her, wie tickt die denn eigentlich? Und das kannst du super persönlich nehmen und sagen, okay, da stimmt halt was nicht und das war es gar nicht wert und die Schlampe meldet sich halt nicht. Oder ich sage, gut, was auch immer, ich gebe denen jetzt einen gewissen wohlwollenden Vertrauensimpuls von vornherein und ich gehe jetzt einfach darauf zu. Und nochmal, es ist nicht so wichtig, wer auf wen zukommt, es ist nicht so wichtig, welche Technik du verwendest oder wie sie sich bei dir meldet oder sie dir gleich innerhalb der ersten drei Tage sagt, dass sie dich zurück will. Darum geht es nicht. Sie wird, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du dich wieder in diesen krassen Mann entwickelt hast und es sozusagen so sein soll, weil ihr weiterhin zueinander passt, dann hast du die besten Chancen, sie tatsächlich zurückzugewinnen und eine dauerhaft erfüllende Beziehung zu haben. Diese ganze Spielerei von, okay, wie mache ich das dann ganz konkret, das ist eigentlich Kinderkacke. Da geht es nicht darum, da wirst du keine langfristig, vor allem keine besseren Ergebnisse erzielen. Zentriere dich darauf, dass du deine Löcher stoppst im Charakter, dass du merkst, okay, ich fühle mich volle Karne wohl mit mir. Da hast du den größten Hebel, da hast du den besten Punkt für sie, aber auch für dich, für dein eigenes Leben. Wir reden jetzt viel gerade über das Thema, wie bekomme ich sie zurück? Ich möchte trotzdem einmal kurz einschieben, wie ist es denn, wenn ich sie nicht zurück will, sondern loslassen möchte? Was mache ich dann anders in dem Prozess? Letzten Endes ist das ein ganz ähnlicher Weg. Das ist das Schöne daran, deswegen lohnt es sich, diesen Weg so oder so zu gehen, auch wenn du dir noch nicht sicher bist. Auch wenn du schon das Gefühl hast, sie hat einen neuen und das ist jetzt sowieso verloren oder sie ist sogar außerhalb des Kontinents gezogen. Das hatte ich auch schon mal den Fall, dass sie dann einfach abgehauen ist und es dann trotzdem noch ein Happy End gab zu späterer Zeit. Und der Weg ist wieder, du machst eine Kontaktsperre und sorgst für dich. Du sorgst dafür, dass es dir gut geht. Das musst du so oder so machen. Das musst du machen, wenn du sie loslassen willst, wenn du sie vergessen willst, wenn du einfach mal wieder eine Affäre mit dir haben willst oder aber auch, wenn es deine Lebensbegleiterin sein soll und du tausend Kinder mit dir haben möchtest. So oder so, Kontaktsperre und dann erstmal zu mir kommen. Dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und dann ist dieser letzte Schritt eben natürlich optional. Von gehe ich wieder in den Kontakt mit ihr oder reagiere ich positiv oder annehmend einladen, falls sie wieder auf mich zukommt. Und da kannst du das natürlich ganz frei entscheiden. So oder so ist die Zielrichtung erstmal. Ich sorge dafür, dass ich sie eigentlich nicht mehr brauche. Dass sie maximal das i-Tüpfelchen ist bei mir. Und dass ich sie nicht mehr brauche und dass es mir wunderbar gibt. Und dass ich dann irgendwann die freie Wahl habe zwischen, okay, ich kann jetzt wirklich schauen, gehe ich jetzt einfach meinen Weg und lebe mein geiles Leben und genieße das voll. Oder nehme ich sie noch so ein bisschen dazu. Lasse ich hier so ein kleines Fenster, wo sie nochmal die Möglichkeit hat, Teil davon zu werden. Aber grundsätzlich ist der Weg absolut gleich.